Das ist das C20 Bluetooth Headset von EPOS, ein schlankes kabelloses Headset mit einem Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und patentierter EPOS Brain Adapt Technologie. In diesem Video zeige ich dir alles, was du über dieses Headset wissen musst. Hallo, mein Name ist Alex und ich mache Technikvideos und Produktreviews und solltest du es noch nicht gemacht haben, dann vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren, um keins meiner Videos zu verpassen. Die Version des Headset, das ich in diesem Video reviewe, ist von EPOS. Auf Amazon gibt es eine re-gebrandete Version und heißt dort EPOS Sennheiser C20 Bluetooth Headset mit Mikrofon. Den Link dazu habe ich dir unten in die Videobeschreibung gegeben. Im Lieferumfang enthalten ist das C20 Headset in schwarz, ein Wireless USB Typ A Dongle, ein Ladekabel, ein Transportbeutel und eine Kurzanleitung, um sofort loslegen zu können. Wenn ich mir die Spezifikationen ansehe, gibt es eigentlich nur 5, die ich im Zuge des Reviews nennenswert finde. Erstens, dass es sich immer noch um einen USB Typ A Dongle handelt, allerdings habe ich bisher auch noch keine USB-C Dongles gesehen, scheint also eh normal zu sein. Zweitens ist das Headset für Microsoft Teams und Zoom zertifiziert, das auch schon fast Standard ist, vor allem Headsets, die im Büro und Homeoffice verwendet werden. Drittens wird eine Akkulaufzeit von bis zu 27 Stunden angegeben, je nach Verwendung kann das auch weniger sein. Aber das, was ich bisher feststellen konnte, ist, dass der Akku ziemlich lange durchhält und bei normaler Nutzung alle paar Tage aufgeladen werden muss. Zwischendurch, zum Beispiel nach der Arbeit und bei längerem Nichtgebrauch, sollte man das Headset ausschalten, um Akku zu sparen. Viertens sollte das Mikrofon Umgebungsgeräusch unterdrücken. Wie gut das funktioniert, erfährst du in Kürze, wenn ich über meine Tests und Erfahrungen mit dem C20 berichte. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die patentierte EPOS Brain Adapt-Technologie, die die natürliche Klangverarbeitung des Gehirns unterstützen soll. Genauer gesagt ist die EPOS Brain Adapt-Technologie eine Gruppe von bahnbrechenden Technologien, die zusammenwirken, um die kognitive Leistung zu verbessern. Ich habe mich zu diesem Thema eingelesen und kann dir nun sagen, dass es im Grunde darum geht, die Klarheit von Gesprächen zu verbessern, sodass ich das Gehirn eben weniger anstrengen muss, um Sprache von Umgebungsgeräuschen zu filtern. Das bedeutet weniger Hörmüdung und mehr Konzentration. Ob das gut funktioniert, erfährst du auch gleich. Zuerst möchte ich noch auf das Aussehen, die Form und die Bedienung eingehen. Das Headset sieht wirklich sehr schlank aus und scheint auch nicht viel zu wiegen. Das Gewicht habe ich mit ca. 120 Gramm gemessen. Die Ohrmuscheln lassen sich nach vorne um 90 Grad drehen und liegen generell am Ohr auf. Das heißt, beim C20 handelt es sich um ein On-Ear-Headset. Der Mikrofonarm lässt sich in beide Richtungen herunterkippen, wodurch es dann doch keinen Unterschied macht, ob man den Mikrofonarm rechts oder links trägt. Im Gegensatz zu anderen Headsets, die ein metallenes Band innen drinnen haben, auf der man die Ohrhörer an die Kopfform anpassen kann, ist das, sagen wir mal, Außengestell immer fix in der Länge und die Ohrhörer lassen sich darauf nach oben oder unten verschieben. Auf der rechten Seite, also am rechten Ohrhörer, befinden sich ein USB-C-Anschluss, um das Headset aufzuladen, ein Status-LED, das blau, rot oder violett leuchten kann, einen Mute-Button, einen Lautstärke-Switch und eine Microsoft Teams-Taste, mit der man z.B. Anrufe annehmen oder beenden kann. Die Taste gleich neben dem Status-LED hat ein Mikrofonsymbol drauf und dient nicht nur dazu, das Mikrofon auf stumm zu schalten, sondern auch um das Headset einzuschalten oder den ungefähren Ladestand zu prüfen. Drückt man diese Taste einmal kurz, dann wird das Mikrofon stumm geschaltet und das Status-LED leuchtet rot. Ist das Mikrofon aktiv, dann leuchtet kein Licht. Drückt man die Taste zwei Sekunden lang, wird das Headset eingeschaltet. Dies wird sowohl durch Bluffs blinken, als auch durch eine Power-on-Sprachausgabe bestätigt. Möchte man das Headset wieder ausschalten, muss man die Taste wieder zwei Sekunden lang drücken. Dies wird dann durch rotes blinken, als auch durch eine Power-off-Sprachausgabe bestätigt. Wenn man bei aktiviertem Headset den ungefähren Ladestand prüfen möchte, dann kann man diese Taste auch zweimal kurz hintereinander drücken. Leuchtet das Status-LED dann rot, hat das Headset eine Akkuladung von weniger als 20%, leuchtet es violett, dann ist die Ladung zwischen 20 und 60%, leuchtet es blau, dann ist das Gerät zwischen 60 und 100% geladen. Das funktioniert allerdings nur, während das Headset eingeschaltet ist. Das Status-LED leuchtet allerdings auch in der entsprechenden Farbe, wenn es gerade aufgeladen wird. Wenn das Gerät fertig geladen wurde, leuchtet auch das Status-LED nicht mehr. Der Lautstärke-Switch ist wie ein Schiebeschalter, der nach Betätigung wieder in die ursprüngliche Position zurückspringt. Eine Bewegung nach oben macht die Lautstärke etwas lauter und wird durch Wiedergabe eines kurzen Signaltons bestätigt. Eine Bewegung nach unten reduziert die Lautstärke wieder, was durch einen etwas tieferen Signalton bestätigt wird. Dadurch, dass diese Signaltöne in unterschiedlicher Tonhöhe wiedergegeben werden, lässt sich dieses Bestätigungssignal einfach unterscheiden. Das C20-Headset ist angenehm zu tragen, obwohl ich kein Fan von On-Ear-Kopfhörern bin. Dennoch, durch das geringe Gewicht fällt es kaum auf und braucht an der Kopfoberseite auch keine starke oder dicke Polsterung. Die Audioqualität der Wiedergabe, also das, was bei den Ohrmuscheln rauskommt, ist für den täglichen Gebrauch im Büro und im Homeoffice vollkommen ausreichend. Wer während der Arbeit jedoch basslastige Musik hören möchte, der könnte etwas enttäuscht sein, da das Headset hauptsächlich auf Sprachwiedergabe ausgelegt ist und deshalb wenig Bass liefert. Dennoch klingt der Ton weder hoch noch blechern, wie man so schön sagt. Ob das nun an der EpoS Brain-Adapt-Technologie liegt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Auch das Mikrofon habe ich getestet und jetzt kannst auch du hören, wie die Qualität ist. Das Mikrofon liefert zwar keinen kristallklaren Ton, so wie es zum Beispiel mein Studiomikrofon macht, allerdings ist die Sprachqualität im Vergleich mit anderen Headsets für den Büroalltag doch recht gut. Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung macht dabei einen guten Job und filtert dabei zuverlässig Umgebungsgeräusche raus. Hier in meinem Studio habe ich zu diesem Zweck einen Lüfter eingeschaltet, den du jetzt über das interne Mikrofon meiner Kamera hören kannst. Bevor ich zu meinem Fazit komme, noch kurz ein paar Worte zum Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist 199 Euro. Doch wenn man auf Amazon schaut, gibt es das Headset aktuell um 57% günstiger, also um ca. 85 Euro. Das ist eine Ersparnis von 114 Euro. Das C20 von EpoS gehört meiner Meinung nach zu dem besseren Headset für den Büroalltag. Das Gewicht ist angenehm niedrig, die Bauform ist schlank und die Polsterung der Ohrhörer ist angemessen. Dadurch lässt sich das Headset über mehrere Stunden hinweg durchgehend tragen, ohne dass es anfängt irgendwo zu drücken. Das Mikrofon liefert für diese Art von Headset einen guten Ton, mehr erwarte ich mir eigentlich auch nicht von so einem Headset. Wenn ich besseren Wiedergabe oder Mikrofonton haben möchte, verwende ich meine Studiokopfhörer und mein Studiomikrofon. Zusammen mit dem Preis von 85 Euro ist das C20 sowieso ziemlich an der Spitze. Selbst um 199 Euro könnte es mit Marken wie z.B. Jabra mithalten. Von mir gibt es daher eine klare Kaufempfehlung, wenn es darum geht ein Headset für den Büroalltag zu kaufen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen nach oben und vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn du keins meiner Videos verpassen möchtest. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Super.